Hey ihr kleinen Saboteurinnen, willkommen zurück zu The Long Dark. So liebe Leute, ich habe was festgestellt. Ich habe jetzt schon die Videosequenz, die jetzt kommt, gesehen. Das sage ich vorweg. Aber wisst ihr, was diese Arschgeigen machen? Die klauen mir einfach meine Sachen. Die klauen mir alles, was ich hier auf dem Kopf habe. Die klauen mir einfach alles. Deswegen ziehe ich jetzt wirklich alles aus. Mache mich komplett nackig. Lege alles in die Kiste und hole mir das später wieder. Hier. Also zumindest haben sie mir meine Oberbekleidung geklaut. Oh, wir kennen sie ja. Aber eine gute Figur hier. Der Typ ist schon ziemlich fit. So, warte mal. Wir legen die Kohle. Das, 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 das. So wirklich alle Klamotten. Ey, wie dreist. Wir legen das hier, die Axt, die Pfeile. Das legen wir alles rein. Oh, wie ich die hasse, diese Typen. Dass die mir wirklich alles wegnehmen, ne. Oh, bald ist voll mit Munition und allem. Oh, furchtbar, furchtbar. Und ich hoffe, ich habe... Warte mal, ich lege irgendwas in den Spind hier. So. Ich lege einfach alles rein jetzt. So, Leute. Und jetzt geht's weiter. Mann, ist es sauer. Bin ich sauer? Bin ich richtig sauer jetzt, ne? Achso, und noch was. Ich habe noch was gefunden. Das werde ich gleich noch holen, wenn ich hier fertig bin. Deine Sorge. Deine Sorge. Du bist noch alive. Shit. Looks like I lost that bet. Any luck with the job, Mathis gave you? I made it to the power plant. The whole place is dead. Nothing obvious to be done to get it running again. Too bad. Mathis will be disappointed. Oh well. Back in your cage, Doug. Back in your cage, Doug. Stunden später. Psst. Hey, you get... Yep. I'm here. Any luck at the power plant? If by luck you mean I managed to not get the power back up and running, then yeah. You could say I had some luck. You found them, didn't you? Whoever's out there messing up Mathis' plans. Not really. But I spoke to them again. Whoever they are, they really don't like Donner. Well, then we have to do whatever we can to help them. Okay. But how? Just keep doing what you're doing. We have to find a way to slow Mathis down. A little hard to do that from inside a cell. Maybe not. Quick, get back. Well, well. Look what my guys found while investigating the old parts of the prison. Someone is seriously fucking with me. Someone who clearly knows more about this prison than this should. Knew exactly what to sabotage to keep us from getting into solitary. You know anything about this, pilot? I have no idea what that is. Sure. I figured as much. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. For nothing. We found another way in. A big-ass key that will unlock the door to solitary or any other door we want. It's called dynamite. Damn it, Mathis. Haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! I'll deal with you later. Listen, pilot. It's time to get back to work. What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite in one of the machine sheds, the detonators should be around somewhere. Of course, we can't find them. So, I'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden here to find out where they are. You just sit tight and I'll tell you when I'm done. You may want to plug your ears. So, the feige saw. Now, listen, Mathis, there's no need for that. Come on, warden. Don't ruin my fun. Detonators. And I might... We kept it in storage because we didn't have a safe way to get it back to the mainland. That's a nice story. Wait, wait! But I know where you can find some. I'm listening. Old mine in the hills just above the prison. It was shut down suddenly for safety reasons after the quakes, but most of the gear was left up there. I bet there are some detonator caps up... Interesting. You heard the man. Get going. Yeah, Doc. Time to get back out there. Wait. Mathis, just... Leave him alone. I'll do it. I'll be quick. You better hurry up, Pilot. I think Mathis wants to let off some steam. Wait. Mathis. Oh, diese Schweinebacken. Klamotten. Das anziehen. Wird er jetzt schon angezogen. Ne, die brauche ich jetzt auch nicht. Verbände nehmen wir mal drei mit. Stoffe nehmen wir mal... Wurzel für nicht da. So, zwei Schießpulver reichen. Dosenöffner. Das, das, das. Gut, dass die nie rausfinden werden, dass ich hier mein ganzes Zeug drin lagere, weil die so blöd sind. Wenn die ein bisschen clever werden, würden sie einfach mal gucken gehen. Wie überlebt der Kerl das eigentlich immer? Aber ne, die sind so blöd dazu. Also alles gut. Essen. Nehmen wir das mit. Dose Kaffee. Ja. Kaffee. Eine Dose Kaffee. Aber die haben wir doch sonst alles weggenommen jetzt, oder? Bin ich bescheuert. Ich habe doch mehr Zeug dabei, oder nicht? Ne, ich habe keine Ahnung. Egal. So, wir gehen noch ganz kurz hier rüber. Hier habe ich nämlich was vergessen, Leute. Ich habe es gefunden, als ich nach Brennmaterial gesucht habe. Mein Wasser ist auch weg. Kann ich mich verarschen? Das kann es jetzt nicht sein, oder? Ne, ich habe hier drinnen noch was abgelegt in die Kiste. Entschuldigung. Entschuldigung, meine Schuld. Mein Fehler. Und zwar hier ist noch eine Notiz, warum habe ich die nicht genommen. Egal. Schwarzfels-Memo, verspäteter Mitarbeiter. An, Vorarbeiter der roten Schicht. Dr. Childs, die Kopie. Und wieder einmal fragen wir uns, was genau Murphy treibt, wenn er zu spät zu seiner Schicht kommt. Das ist jetzt schon das sechste Mal diesen Monat. Niemand scheint zu wissen, wo er steckt. Wir wissen nur, dass er sich nicht auf dem Gelände aufhält und zu Fuß statt mit dem LKW unterwegs ist. Angesichts der aktuellen Schichtplanung kann der Wärter keine Disziplinarmaßnahmen verhängen. Da geht eine Kopie dieses Memos auch in den Arzt nur für den Fall, dass Murphy medizinische oder psychiatrische Hilfe benötigt. Aber erstmal müssen wir ihn finden. Zuletzt hat man ihn auf den Weg zum Fluss in der Nähe der blockierten Brücke gesehen, südlich des Gefängnisses. Wir sind uns alle bewusst, was die Isolation hier draußen anrichten kann, aber wir müssen trotzdem unsere Arbeit erledigen. Das Schwarzwald-Verwaltungsteam. Ja, und das hier habe ich nicht gehabt. Jetzt kriegen wir den letzten Auftrag. Ja, hörst du mal auf? Was heißt den letzten Auftrag? Wir kriegen jetzt das letzte... Ja, warte, ich zeig's euch. Ich leg das mal weg. So. Die verschwundenen Mitarbeiter, das ist der in der Schlucht. Den habe ich schon gesehen übrigens. Den, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, wo er sein könnte. Und hier der verspätete Schwarzwald-Mitarbeiter. Und der ist hier im Süden. Hier an der Scheune. Und da werden wir dann hier runterklettern und dann hier hingehen. Und dann wieder hier hoch und über die Brücke. Und dann kann ich hoch zur Mine. Ich habe es mir halt echt schon gedacht, dass hier unten da das Ende ist, ne? So. Also das für die Zünder. Und dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich mache das jetzt gerade schon im Dunkeln, weil man kann es ungefähr erarten, wo man ist. So. Also keine Sorge, ihr habt vielleicht jetzt so 5 Minuten habe ich Off-Cam nicht mit reingenommen, weil das wäre jetzt total die Verschwendung. Ich war jetzt schon bei 20 Minuten. Hab mir gedacht, so. Ja, cool. Die haben meine ganzen Klamotten geklaut. Die sind um den Arschgeigen. Meine ganzen Klamotten, Alter. So, warte mal. Erst mal medizinisch. Haben wir noch das. So, noch das. Nehmen mal 2 mit für den Notfall. Tabletten brauchen wir. Ja. Nehmen mal eine mit. Wir sind aber schon bei 38 Kilo wieder, ne? So, hier haben wir das Hundefutter. Dose mit Bohnen. Und wir nehmen das. So. Nehmen wir den Kaffee immer mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den Kräutertee brauchen wir nicht. Ja, ja, ja. Wir essen ja gleich was. Alles gut. So, warte mal. Ach man, wenn ich irgendwo ein Rezept finden würde für Schießpulver. Wäre so gut. Was ist denn jetzt so schwer, bitte? Ach, die Bücher. Ja, ja, gut. Die Bücher werde ich sowieso gleich los. Wo haben wir denn? So. Nehmen wir natürlich den... Habe ich keinen Brandbeschleuniger. Auch hier. So, fahren wir noch ein bisschen. Tabletten. Ich höre die Wölfe draußen schon wieder. So. Feuer. So, und jetzt legen wir hier erstmal das Zeug rein. Also 5. Umlagern. Die Kohle nehmen wir mit. Ab hier. Wir nehmen noch ein paar Streichhölzer mit. Oder wir nehmen noch den Brandbeschleuniger mit. Ein Feuer machen für unterwegs, für den Notfall. Haben wir hier noch was drin? Oh ja. Jetzt springt er nicht immer so rum. Ich finde das doof, wenn man so sortiert, dass es immer wieder rumhüppt. Wie blöde. Mach das doch mal nicht. So, wo war das mit Band? Zunderbündel aus Zeitungspapier. Kann man mal machen. Ist halt günstiger, ne? Ist günstiger. Als wenn ich das so herstelle. Also als wenn ich so einfach die... Oh, guck mal, getrocknet hat der Darm. 2,34. Ist halt besser, wenn ich das Zunder aus Papier mache, als wenn ich das Papier selber benutze. Weil das ist ein bisschen leichter. So. Drei Kohle. Das ist zu viel. Wir nehmen mal eine mit. Muss immer langsam lernen, ein bisschen sparsamer zu packen, ne? Warte mal. Wie war das nochmal mit Herstellen von Angelhaken? Ach nee, warte, wir haben... Halsschrott. Eine Bergbank brauche ich. Ne, wir haben ja Dings. Wir haben ein Ne-Set. Ein Ne-Set. Ja, alles kurz soweit. Außer die Mütze eventuell. Aber die brauchen ein bisschen mehr. So, Wolfspelz. Das dauert so lange, Mann. Ich glaube, ihr habt mir es mal geschrieben. Ich habe es leider vergessen, die Zahl. Aber es ist halt doch schon echt lange, ne? So, Stoff, Verband, ja. Wurzelvernichter ist unnötig. Brauche ich nicht. Die Lampe brauche ich eigentlich nicht. Die Stürmlaterne. Aber sie ist trotzdem nice to have, ne? Aber das Messer lege ich mal weg, weil ich zeige euch, ich finde gleich was sehr cooles. Ich zeige es euch dann natürlich. Dann mal die Schnur. Pfeilspitze brauche ich jetzt auch nicht. Die Munition wiegt nicht sehr viel, die Hülsen. Deswegen lasse ich sie mal mit. Aber wie schwer kann es denn sein, Kerl, dass man einfach googeln macht? Warum setzt eigentlich der Sound immer mal wieder aus? Ich glaube, mein Computer hat einen Schaden so langsam. Irgendwas stimmt da nicht. Wir sind bei wie viel? Warte. 34 Kilo. Machen wir noch ein Käffchen für unterwegs. Oh, guck mal, das Schweinefleisch. War ja auch noch ein bisschen was drin. Kaffee. So, dann hält die ein bisschen länger, die Temperatur. Und das Wasser ist natürlich auch wieder voll. Perfekt. So, und jetzt speichern wir uns raus hier. Raus, raus, raus. Ist ein langer Tag. Wir müssen hoch bis zur Mine. Und das wird nicht schön, weil da waren wir schon mal. Und der Weg dahin. Ich sag mal, der war speziell, ne? Der Weg war recht speziell. So. Auch hier hoch muss ich noch an diesen Sendeturm. Also nicht Turm. Also an diesen Mast einfach da, ne? Strommast ist kein Sendeturm. Quatsch. Funktion, alles nachgeladen. Sehr gut. Ich find den Bogen halt irgendwie cool. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht echt ein bisschen sinnlos, den mitzunehmen. Aber ich will den eigentlich schon ganz gern dabei haben. Ah, und seht ihr, hier sind die Krähen. Die sind ja immer so ein Hinweis auf Leichen. Hab ich ja schon mal erwähnt. Und jetzt ist da auch wirklich eine Leiche. Die waren vorher nicht da, wenn ihr mich fragt. Und wenn, dann will ich nichts gesagt haben. So, pass mal auf. Wir haben das Jagdmesser ja liegen lassen. Und seht mal, was hier ist. Qualitätswerkzeug. Das hab ich noch gefunden. Aufkam. Also nochmal Entschuldigung dafür, dass ich das nicht drin habe. Entschuldigt jetzt bitte diese falsche Reaktion. Diese gefakte. Aber ich hab's ja gesagt. Hätte ich jetzt gesagt, uh, da liegt Werkzeug. Und ich wusste schon, das wäre auch ein bisschen blöd. So, auf jeden Fall hab ich das schon gemacht. Und dann hab ich hier ein bisschen getrickst. Auch das gebe ich zu. Weil, wenn man hier normal runtersteigt. Ihr wisst ja, das dauert ewig. Muss ich ganz außen rum latschen. Deswegen mach ich das jetzt so. Bisschen wie, die Tricks kennt man alle aus. In Elder Scrolls spielen, wenn man sie gespielt hat. Mich immer so ein bisschen weg von der Kante. runterlenken und dann wieder gegenlenken. Dann kann man da so dran runterglitschen. Ich glaube, hier ist schlecht. Muss was finden, was... Alter. Okay, das war jetzt ganz schlecht. Das war noch schlechter. Leichte Prellung, Schmerzen, Riss, alles. Alles im Arsch hier. Wo denn? Guck mal, was hab ich da? Oha, verbannt. Schmerzmittel. Ey, es wird immer besser. Für den Fuß. Dammit. Wie dammit. Diese Behandlung war wirkungslos. Aber machst du das nicht gleich richtig. Knöchel. Achso, der braucht Dings hier. Sag das doch. So, was haben wir noch? Hartgelenk, braucht auch. Verbannt. Meine Güte, ey. Dann sag das doch gleich, was die richtige Behandlung ist. Sei so gut. Außerdem, Schmerzmittel auf die Hand legen ist natürlich generell nicht so geil. Ich hab Schmerzen. Da. Ich werd nochmal speichern. Ist halt jetzt, ist halt wie es ist, ne? Ich exploite ja hier schon so ein bisschen, indem ich einfach hier runterglitsche. Ist nicht cool, wirklich nicht. Aber die Alternative wäre jetzt, ganz außenrum zu gehen und den ganzen Part damit zu verbreiten. Das möchte ich auch nicht. Das ist halt nur ne Frage der Zeit. Und die hab ich nicht und möchte ich auch nicht. Weil es ist jetzt schon wieder nach vier und der Part sollte eigentlich um fünf kommen. Ein alter Ausweis abgenutzt und ausgebleicht. Geschmackloser Schokoriegel. Ja, das ist natürlich der letzte Arbeiter. Was mit dem Sound? Notiz des verschwundenen Arbeiters. Von einem verwirrten und verwirrten Arbeiter verpasste Notiz. Den will ich natürlich noch lesen. Sekunde. Oh, hier. Untersuchen. Seite eines Tagebuchs, herausgerissen. Ich muss weiterschreiben. Schreiben hilft mir, mich zu konzentrieren und Konzentration hält mich ruhig. Ich erinnere mich nicht mehr, warum ich hier bin, was ich tue und wer diese Frau ist. Ich glaube, wir arbeiten zusammen. Ich scheine sie zu kennen. Sie schaut mir zu, wie ich das hier hinkritzle, aber sie lächelt. Weiß sie es? Ich versuche sie bei der Arbeit an den Maschinen zu beobachten, wenn ich aufwache. Und ich mache sie dann nach, wenn sie ins Bett geht. Sie sagt Dinge zu mir, aber sie verschwinden sofort aus meinem Geist, wenn ich sie nicht aufschreibe. Es ist, als würde der Wind sie einfach wegtragen. Ich sehe immer wieder einen Fluss in meinem Kopf. Wasser, das bis zum Rand von irgendwas rauscht. Ein tiefer und nebliger Ort. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ja, und das war leider schon die Quest. Da haben wir noch die Gerüchte mit dem Schwarzwelsmitarbeiter und jetzt in die Mine dann als nächstes. Was ist denn hier gerissen, bitte? Oh, die Hose. Macht ja auch Sinn, dass eine Hose reißt, wenn man runterfällt irgendwo und auf den Knien landet oder so. Aber gut, dass nicht irgendwie jetzt das Gewehr verbogen ist oder der Bogen zerbrochen oder die Pfeile. Das wäre richtig kacke. Aber auch wieder realistisch, ne? Deswegen immer auf die Fresse fallen, nie auf den Rucksack, sonst macht man die Sachen kaputt. Merkt euch das. Ich meine, ja, alles gut soweit. Der Kaffee hat aber auch nicht lang gehalten. Der gute Kaffee. Ich sag euch, wenn jetzt hier unten ein Bär kommt, ne? Ich glitsche dir die Wand hoch, hast du noch nicht gesehen so schnell. Aber hier müsste jetzt vielleicht auch der andere Typ noch sein, der verschwundene Mann. Hier ist die andere Brücke, über die ich dann wieder rüber will, zur Mine. Das werde ich diesen Part übrigens nicht mehr schaffen. Macht euch keine Illusionen. Ich mach mir auch keine. Weil ich mach' ich sogar noch einen Abstecher über den Bunker. Ich meine, da hätte ich was liegen lassen an Nahrung und so weiter. Könnte mir eventuell noch helfen, aber ich bin eh so schwer beladen. Und ich weiß eh, was bald wieder kommt. Nämlich diese tollen Timberwölfe. Ich will einfach nur zur Scheune jetzt. Oh nein. Ey, jetzt mal ohne Kack, ne? Ihr macht mich echt fertig, Leute. Ihr macht mich echt fertig. Ich komm' hier nicht raus. Auf dem Weg, den ich jetzt wollte. Aber wie dann? Okay, also der Part schafft's heute definitiv nicht mehr auf YouTube, Leute. Ich sag's nur, wie's ist. Also, wundert euch bitte nicht, wenn... Ja, ist halt jetzt gerade ein bisschen schwierig bei der Zeit, ne? Warte mal, komm ich hier irgendwie rauf? Ich versuch's mal, Leute. Ich versuch's jetzt einfach. Auch wenn's ein bisschen cheesy ist. Ich sag' mal, man kann hier so ein bisschen tricksen, wenn man da die... ...anten ausnutzt. Oh nein. Geh. Geh. Ne, es geht nicht. Nicht hier. Ne, geht auch nicht. Okay, vergiss's. Dann lassen wir das. Muss ich vielleicht doch auf dem Rückweg dann den Typen noch finden. Oh, Leute, hier muss es doch irgendwo raufgehen, meine Güte. Irgendwo muss es hier doch wieder raufgehen. Aber warte mal, die Brücke, die kenne ich noch gar nicht. Wenn's hier irgendwo ein Seil gäbe zum Hochklettern. Was? Die Brücke ist nicht verzeichnet. Zum Guckbauernhof geht die. Alles klar. Aber keine Chance, hier rüberzukommen. Naja, ich lass es einfach mal drin, jetzt alles. Was soll's. Ich kann's eh nicht mehr rausschneiden von der Zeit. Oh, warte mal. Warte mal. Ah, ich hör euch schon, ihr Wölfchen. Ich hör euch jetzt mal die Zeit, nehm ich mir einfach. Ist ja eh gerade nicht so viel los. Von der Temperatur. Alles gut. Alter, ich kann ja einfach mal den Weg komplett abkürzen, hä? Gut zu wissen, so lernt man die Karte kennen. Wenn man sich einfach irgendwo runterstürzt. Cool, hier geht's rüber zur Kuckfarm. Dazu guck Bauernhof. Pass. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich glaub, ich würd mir vielleicht irgendwann mal ein paar Hakebutten pflücken. Oh, nö. Und dieses Häschen jetzt. Jetzt. J-E-D-S. Jetzt. Oh, die bellen schon nach mir. Oh, scheiße. Aber ihr habt doch gerade ein Häschen gerissen. Arschloch. Entschuldigung. Ist ein Wolf, kein Arschloch. Aber der hat eins. Deswegen darf man das sagen. Ich hab keinem was getan hier. Nicht, dass die jetzt wieder die Timberwölfe sich angesprochen fühlen und mich angreifen. Ja, mir rutscht das halt mal so raus, ne? Tiert. So. Okay, das sind Timberwölfe. Grabbity Crap. Aha. Aha. Ich hoff, es tut schon weh. Nö, ich will meine Hülsen jetzt. Ich wünsche es, dass die nicht runterrollen irgendwo. Habt ihr genug jetzt, ja? Schreckfiecher. Habt ihr nicht mal alle getötet? Schon ein bisschen angeknallt. Oh, warte mal. Geht's hier rüber? Ja, schön. Na, komm jetzt. So. Hagebatz. Ich mach meine Lebensenergie. Ja, ist zur Hälfte. Das ist ganz gut, dass ich die Sammler und mir Tee daraus mache. Hagebatz. Oh, man könnte was sein. Mal sehen. Uiuiui. Das sieht halt echt cool aus. Das wird ja irgendwas... Das ist halt so ein heißes Dampfbad. Und ich, dass ich hier auf den Bär reinrenne. Aber ich wette, hier ist der Typ, der verschwunden ist. Irgendwo. Aber wieder kein... Oh, gut, die Weibes sind weg. Aber wieder keine Vögel hier. Doch. Aha. Und ich wette, hier ist halt irgendwann ein Ende wieder wegen dem... Alles verschütt. Ja, wie gesagt, schade, dass man dafür keine Perks kriegt. Weil jetzt auch mit dem Mitarbeiter... Natürlich könnt ihr euch denken, dass der zu der Frau gehört, die mit uns schon hier korrespondiert hat. Dass die ja will, dass wir alles sabotieren. Richtig Schlüssel? Ja. Ohne Gefängnisswache. Ein Schließkastenschlüssel. Die einem Mitarbeiter des Schwarzwaldsgefängnisses gehört. Und eine Notizbuchseite. Dieses Mal etwas Gescheites. Die Preise steigen. Mögliche Ableitung unten am Bach prüfen. Schmilzt das dünne, eisernwarmen Tagen. Rot-Gold oder etwas Besseres? Muss es versuchen. Äh, nee, brauche ich nicht. Uh. Schließkassette des Goldsuchers. Geil. Bin ich zu... Überlastet schon? Äh. Nee, genau nicht. Genau nicht. Wo ist denn die Schlüssel... Oh, was? Die ist natürlich wieder im Gefängnis. Oh, genau. Die macht mich schwach. Ich will jetzt nicht den ganzen Tag hoch und runter rennen. Hab ich mir schon was... Äh, ich geh... Ich geh an dieser Hütte oben. Oh, oh. Ja, ja. Aha. Ob ich das mach, weil ich's kann. Weil ich's mir erlauben kann. Das ist mir jetzt echt hier hinterher gekommen. Den ganzen Weg. Verblutet aber auch dich, verdammt. Verdammt. Warum blutest du nicht, Wolf? Wo ist er denn hin? Oh, nein. Nein. Du schwein. Blöder Wolf. Wackelprellung. Oh, ist immer nix passiert. Oh, ich bin ja fast... Oh, komm. Ein doofes Vieh. Ich bin so schlecht mit dem Bogen. Dabei mag ich den Bogen so. Egal, er blutet. Ich glaub nicht, dass er's nochmal versuchen wird. Ah. Wir haben ja genug. Und so darf ich nicht denken. Das ist doof. Ach, Mann. Muss ich erstmal wieder alles reparieren. Aber ich hab ja schon mal gesagt, wir kommen heute nicht mehr weit. Weil der Part leider gleich vorbei ist. Aber... Ich bin nicht unzufrieden. Denn ich hab die beiden Toten gefunden. Und das ist ja schon mal was, ne? Ist ja schon mal ein Fortschritt. Wahrscheinlich kommen jetzt gleich wieder diese blöden Timberwölfe. Vielleicht lern ich auch irgendwann mal mit dem Bogen umzugehen. Also vielleicht reichen für den Tee. Oh, Häschen. Ich werde demnächst tun. Keine Angst. Es geht auch anders. Man muss nicht immer irgendwelche Häschen töten. Hab ich da schon reingeguckt? Ja. Verdammt. Was hat eigentlich die Zeit hier? Gerade mal Mittag. Na ja, ich würde hier sowieso erst abends wegkommen, schätze ich. Wisst ihr was? Ich mach's so. Ich geh dann nächstes Mal zurück zum Gefängnis. Ach nee, komm, ich geh jetzt zum Gefängnis. Jetzt zum Gefängnis. Hab so. Ich hab wieder ein bisschen neues Holz dabei. Probe den Schließkasten Schlüssel und geh dann beim nächsten Mal. Am besten über diese Brücke bei der Cook Farm rüber. Haben wir auch wieder Zeit gespart, ne? Hab mal echt die Nahrung. Ich guck mal ein bisschen was von denen. Die wiegen ja auch etwas. So, ich bedanke mich schon mal sehr fürs Zusehen, liebe Leute. Das war's für den Part. Lass mir Liebe da, wenn ihr möchtet. Und, ja, schreibt mir was Nettes. Auch das gerne. Freue ich mich. Wir sind uns wieder zu The Long Dark beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und es stürmt schon wieder, verdammt. Und es stürmt schon wieder.